Werden hier koreanische Produkte verkauft? Was ist heute das Preishit-Produkt? Wo gibt es eine Waage? Wo steht die Haltbarkeitsdauer dieses Produkts? Ist der Fisch hier frisch? Ja, der ist heute hereingekommen. Wo gibt es Einkaufswagen? Wo ist die Gemüseecke? Wo wird Obst verkauft? Werden hier koreanische Produkte verkauft? Wo gibt es Importprodukte? Wo finde ich Zahnpasta? Was ist heute das Preishit-Produkt? Wo ist die Obst-Ecke? Dort drüben, neben der Fleischtheke. Darf ich einmal probieren? Wo gibt es eine Waage? Wo stehen die Nährwertangaben dieses Produkts? Wo steht die Haltbarkeitsdauer dieses Produkts? Das Verfallsdatum ist überschritten. Ist der Fisch hier frisch? Ja, der ist heute hereingekommen. Auch noch einen racaksın. Wenn ihr es gleich timely sagt, glaube ich, dass es gut geht. Vielen Dank.